Ihr Enderkisten, ja klar, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderkits, wir spielen heute das Kit Katze und die Katze startet mit 20 rohen Fischen und isst, wenn man sie isst, für 10 Sekunden mit Speed 3 schneller So, ich brauch ein paar bessere Sachen, was ist hier los? Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich hab ne scheiß Maus hier, deswegen muss ich mir endlich mal ne neue kaufen Ähm, denn das geht so nicht, ich kann so nicht ordentlich spielen Vorne ist ne Kiste, ne, ich seh sie noch grad so, aber ich schätze, dass sie schon leer ist Aber ich werd einfach mal hingehen und gucken, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt Oh, da sind hier schon wieder Kürbisse, ja was soll denn das bedeuten? Oh, ja toll, schön, dass ich da hingegangen bin So, holen wir uns echt hier mal den Kürbis So, holen wir uns erstmal hier den Kürbis Das geht dann nämlich, denke ich mal, richtig ab hier So, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal hier ein Diamantschwert Einen Eisenhelm Und Ja, das passt, würde ich sagen Gut, ähm Kürbis hier nehmen wir uns auch noch mit, dass kein anderer das machen kann Nämlich nur wir können das machen Oh, der hat schon ein Verzaubertes Diamantschwert Oh je, oh je, oh je, oh je Muss ich dann hier gleich mal schnell weg, ja Hallo Oh, ich wollte doch die Enderperle haben Mann Wieso bist du denn so gemein? Okay Wisst ihr was, Leute? Ich guck jetzt mal hier Die Enderperle von dir war nicht so schlau, mein Lieber So, zack, zack, zack Gut Na, du darfst in Endergames keine Pferde reiten Ich wollte doch auch gar nicht das Pferd reiten Brrrrrrrr Brrrrrr Er weiß, dass wir jetzt Katze sind So, da ist er down, da ist er down Das Katzenkett ist schon ziemlich cool Vor allem wegen dem Speed jetzt haben wir Ähm, zu 100%, sag ich Dieses Duell gewonnen Ich schätze nicht, dass wir das Duell sonst gewonnen hätten Ähm, ohne diesen Speed Buff Deswegen muss ich sagen, finde ich die Katze jetzt schon mal ziemlich nice Aber ich hab ein bisschen Angst Dass, ähm, wir jetzt gleich sterben werden Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass wir jetzt gleich sterben, ja Irgendwie schon, ne Oh, 17 Blöcke Hinter mir ist jemand Komm her Er hat, hat er sich jetzt selbst vergiftet Ne, er hat sich einen Speed Trank geholt Aber ich hab auch Speed Guck doch mal Brrrm, 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 brrrm Ich bin schneller mit ihm Oh, da ist er tot Da hab ich ihn tot Wegen dem Speed Buff Der ist ganz schön cool Ja, der ist wirklich cool So, ähm, hier sind noch Bessere Schuhe Ähm, so, mal gucken hier Wo sind sie denn die besseren Schuhe? Hier sind sie, so gut Dann gehen wir jetzt mal weg Ähm, den Brustpanzern, den besseren könnten wir uns auch noch machen Und das könnten wir Zack, 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 Pfeile hier hoch, Feuerzeug hier nach unten, so, dann gehen wir einfach mal weiter Wir haben genug Pfeile da, dann brauchen wir den nicht unbedingt im Inventar So, 71 Blöcke, 67 Blöcke ist der nächste Gegner auch schon von uns entfernt Ach, der ist da hinten Okay, er hat einen Eisenbrustpanzer, wie ich jetzt hier Oh, er kassiert Und da hab ich ihn nur mit dem Bogen down Ja, das ist natürlich Das freut einem natürlich Wenn man ihn schon so richtig schön Wenn man ihn so richtig schön Mit dem Bogen tötet Und wir können uns sogar Bei dem nächsten Port dann einen Oh, toll Toll, 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 Leute Wir können uns Guck mal her, guck mal her Wir können uns ein Brustpanzer machen Und sogar nicht irgendein Brustpanzer Sondern ein Diamantbrustpanzer Süppi, süppi Ähm, dann können wir uns hier noch ein Ups Ein Dingsbums machen Einen Sexy Helm So, die Sachen hier Ciao, die können erstmal weg Dann würde ich sagen Machen wir uns noch schnell einen Goldapfel Und dann würde ich sagen Sind wir schon ganz schön gut ausgerüstet Und jetzt ist unser Ziel nur noch Dass wir einiges an Eisen sammeln Oder Schnee Damit wir endlich einen Golem machen können, Leute Ich will endlich mal in einer Runde einen Golem machen Das würde ich so abfeiern, Alter Das würde ich einfach so richtig geil finden Einfach mal einen Golem, Leute Einfach mal einen Golem Das wäre auch mal Wirklich eine krasse Aktion Würde ich Also, sag ich jetzt zumindest Ich würde das eine richtig krasse Aktion finden Okay, der Gegner rennt Von mir weg Oder? Okay, jetzt bleibt er stehen Oder er kommt auch auf mich zu Okay, 108 Blöcke Mit dem Ruffy LP Also, ich schätze einfach mal Dass wir jetzt alle ziemlich in der Nähe sind So Hol ich mir hier erstmal Speed Sobald ich ihn sehe Werde ich auf jeden Fall noch einen Fisch essen Oh, er hat einen Diamantbrustpanzer Das kann gefährlich werden Aber nicht, wenn er uns nicht sieht Und Er ist Fixtechniker Zu 100% So Nochmal schnell Ein Speedboost Das ist richtig geil Das macht richtig Spaß Mit dem Speedboost Ja Es macht Spaß Okay, da habe ich ihn down Gut Das war ja nochmal ziemlich knapp hier Ähm Bräuchte ich da noch irgendwas? Ich glaube, ich verbrenne die Sachen hier alle Hey Ja, bitteschön Ich habe jetzt die Sachen verbrannt Weil ich mag nicht, dass du die bekommst Ähm Was bräuchte ich denn? Ich glaube, den Wassereimer brauche ich jetzt hier eigentlich gar nicht Und Haben wir wenigstens Okay, wir haben ein paar Schneebälle Das ist ja schon mal gut Okay Ein paar brauchen wir noch Zwei haben wir So So Und Ich glaube, das wird hier nichts mehr Oh, da habe ich ihn noch knapp down GG Ähm Ein Herz Okay Boah, das war jetzt ja aber noch richtig knapp hier Ich dachte Der bekommt uns noch Weil der hat Ich meine, aber gut Ähm Ja Wir haben Ja Okay War einfach ein fairer Kampf Wir waren auch glaube ich gleich gut ausgerüstet Von dem her fand ich das gut, dass jetzt alle zwei Endgegner Ups Alle zwei Endgegner so gut ähm Ausgerüstet waren Somit war es ein wirklich faires Duell Ich stelle mich mal hier drauf Und ich würde einfach Ich habe so einen Ich habe so einen Heslonskin Da es einfach diesen Diesen Effekt hat Mit diesen Fischen Denn Ich finde das Und ich habe so einen Schocker Oh je Okay Leute, dann würde ich einfach mal sagen War es das Haut rein Und ciao Tsch Tsch Tsch